schön schön JANIK Steckung Schade Ich bin aber noch eine große Eine Karte haben wir noch Eine Karte haben wir noch Uiuiui Das ist wirklich Das ist jetzt eine Idee Soll ich über Toplo da rauspannen? Ja Okay Das noch Okay Ich werde mal bauen Ja das ist gut Langsam langsam ich kann gar nicht bauen Ich kann es grad nicht bauen Voll Nein Ich lieb noch Und drehen und drehen und drehen Ich kann es nicht Links Und ran rappe Ja Ja Hahah Jr Okay Ich kann es nicht Was ist denn es denn Jetzt Saving oder pushen Da direkt Da war wohl niemand, okay. Da war... Da ist er doch! Einfach... Oh, Hilfe! Ja! Ja, hinter dir! Boah, der... Schnell! 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 Ich hab auch gerade jetzt weg. Kann machen. Was?! Äh! Das ist halt jetzt wieder Stellung stehen. Mal Arbeit. Ich hab halt eben einen Hut. Oh! Hab ich mich erschrocken! Alter, ich auch, Alter! Was war das? Hast du gerade geschossen, Jadig? Hab's versehen! Ich hab mich doch erschrocken! Jujujujuj! So! So! Letztes Pack, Leute! Und... Ich hab gepustet! Finale Karte! Uiuiui! Da war der Hit! Da war der Hit! Da war der Hit! Oh, Jujujujuj! Ähm... Ah, okay! Fertig! Geh! Ich geh Ziege klauen! Niemand klaut Ziege! Niemand klaut Ziege! Mirko? Naja, mir geht die Farbe Hach vor. Wir müssen ja wieder mehr... Wir müssen ja wieder mehr... ...mehr Velo spielen. Jetzt kommt er mit Velo an, Alter! Vor allem... Vor allem... Weißt du... Er... Mirko fragt dann... Mirko fragt dann nach Velo und uns nicht Sven. Ne, uns nicht, ne? Also, ich wollte... Also, ich wollte... So ist ja nicht... Aber... Aber... Aber Sven, ihr hattet da keine Lust so? Ich will... Also, für dich will ich das jederzeit wieder installieren. Sagen wir es mal so. LOL! Echt? Wie installierst du das? Bei der Team Kettenfragen? Ja, ne? Das ist was ganz anderes. Das war dann doch. Das ist ein Befehl quasi. Bist du hier? Wie alt bist du? Height. Run. Kill. Das ist... Das ist so! Nice. Sehr nice. Wollen wir ihn doch nicht. Bitte kill. Und lässt ihn wieder gehen. Nein! Hat nur einmal auch gekunzt. Hat nur einmal diesen Sprungangriff angetäuscht. Weißt du? Einmal ein bisschen... Oh Gott. Jetzt wieder beim Random. Genau so hat er es gemacht. Weißt du? Mykos 3... Gold Nummer 3? Bitte was? Krieg ich jetzt hier das mit? Mykos Gold Nummer 3 hat... Er hat doch letztens erst einen Rang auf 2 bekommen. Wie kannst du das denn? Weißt du? Ich häng seit einem Monat an Silber. Meilin macht's da fest. Und der kriegt auch... Ich mach rein, mir schon krieg ich auch Frank. Beschwerde! 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 Gabe, wo bist du? Wie geil! Das find ich jetzt frech! Ja, ich find's auch frech! Okay, das Spiel gewinne ich! Okay, du... Naja, du bist dran! Komm! Okay! Möchtest du nicht? Aber ist gut! Okay! Ich bin dran! Nehm den ganzen Außen! Weißt du mal? Verdammt! Gewonnen! Ich bin dran! Oh! What's up, Piggy? Oh! Oh! Ja, cool! Nein, Leute! Easy, easy! Double Berettas! Auf die 1! Heys! Hey! Heyy! Ehy! Hayy! Macarena! Hi! Pistol oder MP? MP! Ich hab grad M4 gekauft! Ja, alles gut! 4 MP! Ist das das geuliche! Also, teamcappen darf man da doch falsch! Oh, krass... Kaum ist der teamcappen wieder muffig! Kaum wird... Kaum ist der teamcappen, ey! Schon geht's los! Du musst das ja auch gut präsentieren, oder? Du musst das auch gut präsentieren. Lady Shineman, ein Sven. Als Dodo. Das ist geil geworden. Der Meister Shining hat es geregelt. Das eindeutige Sven. Das ist echt geil geworden. Shining, vielen Dank. Lass uns ein schönes DVD sammeln. Was? Man kennt direkt den Blick. Das ist Svens Blick gewesen, als der Bubba da gerade mit der Kettensäge stand und geritzt hat. Sven denkt sich so, jeet da rein. Da muss ich rein. In die Kettensäge. In die laufende Kettensäge muss er rein. Das ist der Blick. Was ist denn aus dem Keller abgehängt? Er geht um die Ecke, guckt da so, genau so, weißt du, guckt da schon mit dem Schnabel so hoch, Kettensäge an, rein da jeet. Eindeutig. Shining, vielen Dank. Das ist gut. Das ist eindeutig Sven. 100%. Ich bestelle es so, kann ich left-handed einstellen. Ups. Sorry. Team Captain, so lange es am Bereich ist. Komm, das kriegt sogar mit dem Spitzzahn. So, Shining. Mal gucken, ob ich diesmal alles richtig geschrieben habe. Ist richtig gut. Warum hat er jetzt noch ein A gemacht? Jetzt bin ich beleidigt. Ist dabei. P90. Zulu Cthulhu. Ja, Dek, ich hole mir deine P90, die sieht schön aus. Sehr gut. Ich habe da ein paar hingeschmissen. Ja, habe ich mitbekommen. Danke, Enki. Sorry. Die Motivation ist da. Das ist doch jetzt ein Running-Geg, ich wollte heute dreimal von Teammates messern. Ich werde mich mitbekommen, wenn ich mich messern kann. Ich habe mich das total angewöhnt, beim Laufen rumzuneifen. Was heißt denn, warum hat es bei mir den Kopf? Ich habe mich mitbekommen.